Ich weiß, dass ich nicht aussehe wie Leonardo DiCaprio. Aber irgendwo da draußen muss es sie doch geben. Die Liebe auf den ersten Blick. Du triffst jemanden und plötzlich ist alles anders. Jeder hat 800 Freunde bei Facebook. Aber im richtigen Leben lernt man niemanden mehr kennen. Jeder hat das neueste iPhone in der Tasche. Aber zum Telefonieren benutzt es kaum noch jemand. Hauptsache man kann schnell was posten. Ich glaube nicht, dass ich zu anspruchsvoll bin. Ich will einfach nur jemanden, der auf die Beatles steht. Und nicht denkt, dass da Vinci etwas zu essen ist. Tausende Datingseiten im Internet. Doch vielleicht trifft man die Richtige genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Begriff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.